Nächstes Video. 7 vs. White Staffel 2. Wir können die Challenges mitgestalten, die die Leute machen sollen. Also es gibt ja immer eine Tageschallenge, die ausgeteilt wird, die sie öffnen können. Beim letzten Mal war das Bau eine Fackel, Bau ein Floß, etc. Ich bin gespannt. Wir dürfen mitentscheiden. Können wir schon mal überlegen, ob wir irgendwas einreichen. Es sei denn, man darf wieder nur unter 10.000 Follower haben, um was einzureichen. Dann müsst ihr das einreichen, Chat. So Freunde, ein weiteres Video zum Thema 7 vs. White Staffel 2. Wir haben über neue Infos gesprochen, über Wildcard, über Teilnehmer usw. Und heute soll es um ein anderes Thema gehen, wo ihr wieder mit involviert seid. Ihr habt es schon mitbekommen, wir machen das ganze Projekt noch ein bisschen mehr Community-lastiger. Mir macht es persönlich Spaß und ich glaube, euch auch das Ganze so ein bisschen mitzugestalten. Und ich denke, ihr habt es im Titel schon gelesen, es geht heute um das Thema Challenges. Okay. Wir machen einen kleinen Recap. Wir erinnern uns mal kurz zurück an die erste Staffel. Die Challenges waren für uns damals gedacht als ey, wir müssen ja irgendwie einen Gewinner ermitteln. Wenn jetzt mehrere Teilnehmer bis zum Schluss durchhalten, wer hat denn dann gewonnen? Wir brauchen ja ein Punktesystem anscheinend. Deswegen haben wir uns die Challenges überlegt, beziehungsweise Max und Johannes haben die sich überlegt, aber wir haben gesagt, wir wollen Challenges. Und so hatten wir eine Möglichkeit, irgendwie Punkte zu vergeben und einen Gewinner zu küren. Was uns aber aufgefallen ist und euch sicherlich auch, ihr könnt gerne mal euer Feedback, eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber mir ging es im Nachhinein als Zuschauer so, dass ich, dass die Challenges für mich ein absolutes Highlight waren beim Zuschauen. Es war immer wieder spannend, ein neuer Tag beginnt, was ist die Challenge? Umschlag öffnen, vorlesen, wie reagieren die Leute? Was haben die für Lösungsansätze? Und ich muss sagen, dass die Challenges dadurch irgendwie zu einem festen Bestandteil der Videos geworden sind und aus Zuschauersicht extrem unterhaltsam und spannend waren. Total. Es gibt auch eine kleine Wikipedia-Seite tatsächlich zu Seven vs. White, wo alles mögliche drin ist. Könnt ihr auch mal reingucken, wen das noch mal interessiert. Auch die Teilnehmer, was die mit hatten. Und es gibt eine große Übersicht auch über die Challenges, über die Folgen und wer hatte wie viele Punkte. Wir können ja noch mal ganz kurz durchgehen, weil ihr kommt nämlich auch gleich ins Spiel. Aber wir müssen noch mal ein bisschen einen kleinen Recap machen, um euch zurück zu erinnern. Ans Ufer schwimmen war die allererste Challenge. Da ging es darum, okay, ganz klar, was waren das? 100 Meter vom Ufer, 50 Meter, ich weiß gar nicht mehr. Wer ist am schnellsten da? Bupp, Zeit gestoppt. Alles gut, kann man sehr gut messen. Hier stehen die Zeiten noch. Und der Erste kriegt 7 Punkte, der Zweite 6 Punkte und so weiter. Genau. Zweite Challenge war das Thema Fackel bauen. Bau eine Fackel mit natürlichen Materialien war es, glaube ich. Und längste Brenndauer. Und da haben wir schon gemerkt, wenn ihr euch dran erinnert, wir hatten so ein bisschen ein Problem, Definition einer Fackel. Genau, das war nämlich das. Es war so ein bisschen schwierig. Wir erinnern uns mal an Chris, der die eine Challenge komplett falsch verstanden hatte und einfach ein paar Sachen in den Rucksack gesteckt hat, also alles quasi, und das abends wieder rausgeholt hatte, weil er nicht, also weil die Formulierung nicht ganz eindeutig war tatsächlich. Ändert ihr euch? Das ist eine Fackel. Muss man die in einer Hand halten? Muss man die in den Boden stecken können? Ich habe da so eine Schweden-Fackel gebaut. War ein bisschen kontrovers alles. Und da merkt ihr auch schon, die Schwierigkeit bei diesen Challenges ist es, dass die autark funktionieren müssen. Das heißt, Teilnehmer, Kandidaten, bekommen einen Umschlag, öffnen den und können keinerlei Rückfragen stellen. Es gibt keinen Schiedsrichter. Bei allen anderen Varianten, die ihr irgendwie kennt von irgendwelchen Formaten, Videos, sonst was, kann man immer nochmal eingreifen. Aber da ist das Schwierige, du hast nur einen Zettel und wenn etwas falsch verstanden wird oder nicht richtig definiert ist, was machst du dann? Fackel bauen. Wer hat die längste Brenndauer? Könnt euch auch seelisch daran erinnern. Auf Gegenstände verzichten bis zum Spielende. Da gab es auch einen kleinen Kommunikationsfehler, sodass Chris das so gelesen und verstanden hat, dass man sagt, ah, okay, abgeben und am nächsten oder am Abend wieder öffnen. Ja, das meinte ich ganz genau. Ich habe ein paar Sachen abgegeben. Fabio hatte ja im Vorfeld schon Sachen abgegeben. Boah, mir hat es richtig verstanden und Martin hatte gesagt, ja, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, der Martin, ey. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe hier schon eine Bank gebaut, auf der sitze ich halt die ganze Zeit und chill. Und ich will das nicht. Der Martin. Feuerbohren war noch ein Punkt. Feuerbohren zum Beispiel ist ja eine Challenge gewesen, wo man gesagt hat, okay, man schafft es, sieben Punkte oder man schafft es nicht, null Punkte. Hat übrigens keiner geschafft, wenn euch recht erinnert. Dann das Thema Floß bauen, war eigentlich ziemlich klar definiert, hat auch alles geklappt, im Sinne von, dass jeder richtig verstanden hat. Tatsächlich war ich der Einzige, der das Floß zum Schwimmen gebracht hat, was ich natürlich den anderen auch gegönnt hätte, ohne Frage. Aber es haben auch mehrere Leute probiert, Fabio, Chris und so weiter. Ja, ja, und das war ja unfassbar kräfteraubend. Also da haben sie ja wirklich viel Energie drauf verschwendet, wo ja dann keiner Punkte gekriegt hat, außer Fritz, weil die anderen es ja nicht geschafft hatten. Das war halt schon so, da muss, also mit den Challenges, das ist schon echt spannend, weil sie ja viel Energie aufwenden dann auch, je nach Challenge. Gerade das Floßbauen hat ja unfassbar viel Energie gekostet. War auf jeden Fall, glaube ich, meine Lieblingschallenge. Rein aus Zuschauersicht war es die Floßbaut-Challenge, die Geize. Könnt ihr auch gerne nochmal da ein bisschen Feedback in die Kommentare schreiben, was war am Geizen, was fandet ihr cool, warum fandet ihr was cool und so weiter. Nächste Challenge, an Tag 6, alternative Nahrungsquellen. Da ging es um Insekten und Würmer. Es sind, ich glaube, sieben Stück oder so was, mussten mindestens ein Zentimeter groß sein, dies, das. Und man hat dann quasi pro gegessenes Insekt was bekommen. Und da war das Problem, dass viele gar keine gefunden haben. Und die letzte Challenge, die im Nachhinein für mich ein bisschen langweilig war, aber man lernt natürlich draus, ich habe die auch nicht entwickelt, Steine stapeln. Da ging es, glaube ich, also es ging darum, einen höchstmöglichen Stein zu bauen, so einen Steinturm irgendwo übereinander. Und die Idee dahinter war natürlich zu sagen, okay, man ist jetzt schon zermürbt, man ist psychisch schon ein bisschen durch. Und dann fällt dieser Steinturm immer wieder zusammen, sodass man da so ein bisschen Psychoterror hat. Das war, glaube ich, der Gedankengang. Aus Zuschauersicht war das Steine stapeln ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Genau, das war nochmal im Schnelldurchlauf die sieben Challenges, die wir gemacht haben. So, ich sage euch ganz kurz erstmal, worum es jetzt eigentlich geht bei der Community-Geschichte in diesem Video, warum ich dieses Video überhaupt mache. Und danach aber noch ein paar wichtige Infos dazu. Das heißt, bitte wirklich komplett zuhören, ehe ihr dazu jetzt was in die Kommentare schreibt. Und zwar haben wir überlegt, wir brauchen ja neue Challenges. Die werde ich finalig aussuchen. Ähm, sondern das macht Max Johannes und das Orga-Team Hintergrund von, mit Wandermut und so weiter. Ja, aber es ist natürlich cool, wenn die einen gewissen Input kriegen. Also, warum nicht euch da draußen die Community mit einbinden und, ähm, eure Ideen vielleicht mitbenutzen, umwandeln, äh, kleine Inspirationen. Hallo Ginny. Du bist ja lieb. Hallo Ginny, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ah, du hast Valorant gezockt. Nice. Ich hoffe, deine Runden waren gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, schön, dass du da bist. Ich hole euch mal kurz ab. Wir gucken uns gerade die Seven vs. Wild-Geschichte an von Staffel 2. Aktuell sind wir bei dem Video Staffel 2. Ihr könnt alle Challenges mitgestalten und hören uns gerade an, wo wir denn unsere Challenge-Ideen für diesen Inselausflug, Ausflug, Überlebensausflug, sagen wir mal, irgendwie, ähm, mit einbringen können, falls wir denn dann Ideen haben. Wir hatten gerade erst nur so einen kurzen Rückblick und, ja, da wollen wir mal schauen. ...holen. Also, vielleicht habt ihr... Möchtest du dort teilnehmen? Ja, Ginny, ich, ähm, hätte mich gerne beworben. Du kannst, also, es gibt die Möglichkeit, sich zu bewerben. Kann man auch immer noch machen. Aber du darfst, ähm, auf der kleinsten Plattform nur 10.000 Follower haben. Und ich hab auf Twitch 18.000 und. Und deswegen bin ich leider, äh, natürlich dann disqualifiziert. Es funktioniert leider nicht. Aber ich hätte mich einfach schon aus Spaß oder Freude einfach beworben, weil ich coole Videoideen auch gehabt hätte und so. Aber, ja gut, das ist halt, wie es ist, ne? Das sind halt deren Regeln und, ja, so ist es. Also, wenn du weniger hast, könntest du theoretisch. Coole Ideen für Challenges für die zweite Staffel auf einer tropischen Insel im Meer. Was könnte man dort für geile Challenges machen, die die Leute kriegen und wo die irgendwie gegenseitig da quasi indirekt gegeneinander antreten und, äh, Punkte sammeln können, um dann wieder einen Gewinner festzulegen. Das große Problem, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, und deswegen hab ich gesagt, ihr müsst erst mal zuhören, ist, diese Challenges müssen sehr, sehr simpel und einfach erklärbar sein, also nicht zu komplex, sie müssen sehr, sehr einfach sein, damit man die gut erklären kann, sie müssen komplett autark funktionieren, keine Rückfrage, kein Schiedsrichter, ja, keine unverständlichen Sachen und so weiter, und, das ist auch ganz wichtig, sie müssen messbar sein, was meine ich damit? Schnitze einen Löffel, funktioniert nicht, ja, was, der, der den Schönsten hat, wer sagt, der der Schönste ist, wir wollen nicht im Nachhinein nur ein Voting haben, Schiedsrichter, sondern es muss eine Messbarkeit da sein, das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz zurück, weil wir es noch offen haben, hier, ans Ufer schwimmen, das heißt, messbar wäre es am schnellsten, Messbarkeit ist die Zeit, Fackel, Brenndauer ist wieder die Messbarkeit, ja, auf Gegenstände verzichten, wie viele Gegenstände werden abgegeben, messbar, Feuer bohren, Feuer brennt ja oder brennt nein, wieder messbar, Floß bauen, ging es darum, glaube ich, eine Minute lang, irgendwie, darauf auszuharmen, dass das Ding geht. Hi, Kaza, hu hu, schön, dass du da bist, danke schön für den 13. Monats-Sup, hallo, schön, dass du da bist, hi, 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 mel und Hofstadt, Zonko, hi, Zonko, kiss, hallo, Kaza, na, alles gut? Ich hoffe, dir geht es gut. Nahrungsquellen, so und so viel Insekten essen, messbar, Steine stapeln, zentimetermäßig, quasi, wer hat den höchsten Turm, das heißt, das ist wirklich extrem wichtig bei euren Gedankengängen zum Thema Challenges, ja, dass das Ganze irgendwie, dass man ganz klar am Ende irgendwas ausfüllen kann, so und so viel habe ich gemacht, so lange, so viel, so hoch, so keine Ahnung was und das kann man eintragen und miteinander vergleichen und natürlich irgendwie auch belegen, ne, also wenn es heißt, keine Ahnung, baue ein Floß und bleib so lange, wie es geht, auf dem Wasser, ja, wie willst du das messen? Du kannst nicht sechs Stunden lang eine Kamera dokumentieren und laufen lassen, das muss man natürlich auch bedenken. Es ist, ja, das stimmt, also bei denen war es ja jetzt nicht so, dass das so viel geschwommen ist, das musste einfach schwimmen oder wie war das nochmal? Das weiß ich nicht mehr genau. Ja, das ist natürlich schwierig, aber wie will er das jetzt machen? Also muss man das irgendwie, die Vorschläge dann an eine E-Mail-Adresse schicken oder soll man einfach die Vorschläge unter das Video kommentieren, dieses mit den Challenges hier oder wie genau? Tatsächlich gar nicht so einfach, dort ordentliche Sachen hinzukriegen und jetzt sollen diese Challenges natürlich auch irgendwie unterhaltsam sein. Sie sollen aber auch fordernd sein, ja, die sollen irgendwie den Zuschauer unterhalten, die sollen aber auch, wir wollen eine gesunde Mischung haben aus vielleicht körperlichen, aber auch eine Challenge, die man ein bisschen Grips braucht, die Geduld braucht, die Geschicklichkeit braucht und so weiter. Das heißt, haut da gern mal die Kommentare voll, schreibt das Ganze rein. Wenn ihr selber nicht so kreativ seid, dann geht doch selbst mal in die Kommentare und lest durch, was andere Leute aus der Community schreiben und wenn euch Sachen gefallen, dann gebt doch einen Daumen nach oben. oder kommentiert da noch mal was drunter im Sinne von, ja, finde ich cool, aber das würde ich noch anders machen. Also, dass wir einfach so ein kleines Sammelsurium haben und das Orga-Team wird dann diese Kommentare durchforsten. Was davon dann wirklich final in der Serie stattfindet, keine Ahnung. Das heißt, natürlich kann ich und jeder Teilnehmer auch in diese Kommentare reingucken und ein Gefühl dafür kriegen, was kommen könnte. Aber was dann final wirklich kommt, in welcher Form oder ob überhaupt, das wissen wir natürlich nicht. Deswegen, es geht darum, quasi ein kleines Brainstorming zu haben und das Orga-Team im Hintergrund mit zu unterstützen und vielleicht hast du gerade eine supergeile Idee und es wäre auch cool für einen selbst, diese Challenge dann irgendwie in der Staffel 2 zu sehen, die einem, ja, die man sich überlegt hat. Finde ich, glaube ich, eine coole Sache. Mir macht das Spaß, das so ein bisschen mit der Community zusammen zu erarbeiten. Mhm. Wichtig natürlich auch, nicht in Gefahr bringen. Also, es geht jetzt nicht, ihr müsst rausschwimmen und so lange wie möglich unter Wasser bleiben und Luft anhalten. Ist gefährlich, dann hält einer zu lange Luft an, wird bewusstlos, blablidup. Oder auch sowas wie, äh, kletter so hoch du kannst auf einen Baum. Auch schwierig, ne? Also, das ist, das ist die große Schwierigkeit, ne? Es ist dann auch nicht direkt jemand da, der dann einschreiten kann. Das heißt, die Leute sollen natürlich auch nicht irgendwie in der Ultra die Gefahr begeben durch diese Challenges. Ähm, ja. Vielleicht fährt euch was rein, vielleicht könnt ihr kreativ sein, haut die Kommentare voll und, äh, ich bin gespannt. Ich werd, ich sag's euch ganz ehrlich, ich werd da nicht reingucken. Ich, Max und Hannes, Warnermut, Ogga-Team, sollen da reingucken, sollen sich Inspiration holen, sich was überlegen. Ich lass mich überraschen. Äh, es kommt wie es kommt und, ähm, ja, wenn ihr nichts verpassen wollt zum Thema Seven vs. Wild, gern den Fritz Meineke Live-Kanal hier abonnieren, wenn euch das Thema interessiert. Okay. Also wir gucken jetzt erst mal Kommentare, ne, Leute? Wir wollen jetzt wissen, ähm, wir wollen jetzt wissen, was haben die Leute kommentiert. Alter Schwede, 6.000 Kommentare, 6.300 Kommentare zu den Challenges. Um Gottes Willen, ey. Challenge-Idee. Wenn die Insel von Salzwasser, oh, das hat 6.000 Likes, wenn diese Insel von Salzwasser umgeben ist, müssen die Teilnehmer versuchen, Salz zu gewinnen. Wer am Ende des Tages oder auch über die ganzen sieben Tage mehr Salz abgeben kann, gewinnt nach Gewicht. Möglich wäre hier Wasser verkochen, an der Sonne trocknen und so weiter. Wir haben dieses Jahr in der Fadi als Übung gemacht und das war richtig anstrengend. Okay, hört sich cool an, liken wir mal. Ähm, Pfeil und Bogen, also wir lesen jetzt natürlich nicht alle, ne? Pfeil und Bogen war eins der Inbegriff der Waffentechnologie, baut einen Bogen und mindestens einen Pfeil und versucht diesen so weit wie möglich zu schießen, je nach geschossener Entfernung wird die Platzierung aufgestellt. Ist auch nicht schlecht. Ähm, finde eine Kokosnuss, Zeit- bis Sonnenuntergang. Dafür müsste man jetzt wissen, ob da auf der Insel Kokosnusspalmen sind. Und öffne diese, ohne einen, äh, deiner sieben Gegenstände zu benutzen. Der Vorgang des Öffnens muss komplett gefilmt werden und ist somit durch die Zeit messbar. Die Kokosnuss gilt als geöffnet, sobald Flüssigkeit austritt. Aha, okay. Tier, Vielfalt und Inselgast. Filme, die meisten unterschiedlichen Tiere. Das ist total spannend für einen Zuschauer. Oh, das finde ich eine super Idee. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Ähm, Filme, die meisten unterschiedlichen Tiere. Das ist cool. Dann würde man, ähm, ja nicht immer nur hören, dass sie Angst haben, oh Gott, da ist ein Krokodil oder so. Sondern dann kriegen wir die vielleicht auch mal zu sehen. Also die sollen jetzt natürlich nicht nah an so ein Krokodil gehen, das wäre dann wieder zu gefährlich oder so. Aber da gibt es ja bestimmt auch andere Sachen, die jetzt nicht ganz so gefährlich sind. So, keine Ahnung. Unterschiedlich muss nicht zwingend eine andere Tierart, sondern unterschiedliche Rassen zählen. Beispiel, ein Labrador-Retriever und ein deutscher Schäferhund sind beides Haushunde, aber andere Rassen, somit wären es zwei unterschiedliche Tiere. Das finde ich nice. Ich like das. Finde ich cool. Hm, wartet mal, wir machen das mal so. Du brauchst mal wieder Freude. Baue eine Schaukel. Nutze, was du findest. Mitgebrachte Schnüre wie Parakots sind für diese Challenge nicht zugelassen. Die Challenge ist erfüllt, wenn du es schaffst, mindestens zweimal hin und her zu schaukeln, ohne dass sie kaputt geht. Oh Gott, ich habe Knossi über meinem inneren Auge, wie er rumschaukelt und dann das nicht hält. Finde ich auch gut. Ich finde cool, wenn es in dem täglichen Challenge ist, noch über... Nee, das interessiert uns nicht. Challenge-Idee. Jeder Teilnehmer muss mindestens einen Vertreter folgender Tierklassen filmen. Hat er das auch mit den Tieren geschrieben? Gut, kennst du die Umgebung. Im Umschlag ist ein Foto von einem Ort aus dem Gebiet des jeweiligen Teilnehmers und dort ist ein Objekt versteckt, das als erstes zu finden gilt. Wenn man das an einem späteren Tag macht, können die Teilnehmer, die schon viel erkundet haben, eventuell sogar schon einen Vorteil haben. Es wäre natürlich auch witzig, wenn da etwas versteckt wäre, was Teilnehmern gefällt. Schokoriegel, Familienfoto. Oh. Nice. Oha, das ist nicht nice. Audioaufnahme von Familie und Freunden. Das gibt einen ziemlich guten Anreiz, gerade wenn du diese Panik hast wegen... Diese Panik, diese... Also, dass es dir nicht so gut geht, weil du da so alleine und einsam bist und so. Das ist eine gute Idee. Cool. Die Leute haben ja schon richtig viel kommentiert. Das ist ja wild. Um Himmels Willen, da kommen wir ja gar nicht hinterher hier. Guckt euch das mal an. Ja, wenn ihr eine Idee habt, die euch einfällt, ich gebe euch mal den Videolink, dann könnt ihr natürlich selbstverständlich da mal kommentieren gehen. Es wäre ja ziemlich lustig, wenn dann einer von euch das kommentiert und wir gucken uns das nachher an. Also, die ganze Sache. Und einer von euch hat eine Challenge gelegt und die wird hier runter kommentiert und die wurde dann hinterher auch genommen. Das wäre ja cool. Dann können wir immer sagen, oh, jetzt kommt die Döner-Teller-Challenge oder die von Nismo oder die von Quiri oder von Floschi oder so. Eigentlich, eigentlich nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht. Definitiv. Ja, cool. Okay. So. Eins haben wir noch, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Richtig. Eins müsste noch sein. Das ist das Neueste von Fritz. Das ist das Neueste von Fritz. Das ist das Neueste von Fritz. Vielen Dank.